YouTube! Das war's nicht. Das war's nicht. Ich weiß nicht. Den Typen kann ich nicht einbalsamieren. Ich glaube, ich darf den einfach nicht einbalsamieren. Kann das sein? Das ist nicht. Dann scheiß mal drauf. Ganz ehrlich, oder? Balsamier ich ihn nicht dann. Ich kann ihn auch nicht nehmen. Ich muss da irgendeinen Fehler haben. Das geht nicht. Weil das Ding schließt sich auch nicht. Vielleicht haben wir keinen Strom. Na sicher mal Strom. Da ist das Licht an. Bei. Ich versteh's nicht. Und ich lass alles am Boden liegen. Das juckt mich nicht. Ich versteh's echt nicht. Warum das jetzt nicht zieht. Warum zieht das nicht? Weil ich vielleicht das kleine Brett nicht mehr hab. Macht gar keinen Sinn. Ja, wir haben alles drin. Am alten Schrank. Reagenz. Reagenz. Ja, da ist der. Ah. Ja, da ist der. noch. Aber das hat keinen Hakel drin. Was meint er mit dem alten Schrank? Ja, da ist der. Ja, da ist der. Ja, da ist der. Ja. 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 Ja, da ist der. Habe ich drin. Habe ich drin. Habe ich drin. Alle diese Sachen haben wir drin. Reagenz. Im alten Schrank. WTF ist der alte Schrank? Die Sicherung ist drin. Ah, ne. Ist eigentlich nicht die Sicherung. Hat gefehlt. Aber ich kann sonst eh nichts machen da, gell? Das war's jetzt da. Ah, ich sag da, mir macht das für... Mir macht das grad echt so schaffendes Game, oder? Aber ich peil's nicht. Was für eine Reagenz? Was will die denn, oder? Ich hab alles reingeschüttet, was es zum Reinschütteln gibt. Das ist nicht das. Das ist nicht das. Weg mir mal. Wo ist es nämlich? Ich hab alles reingeschüttelt, was geht. Im Tutorial hat sich das dann geschlossen und ich konnte loslegen. Hier funktioniert's nicht. Warum? Was ist der für fickte alte Schrank? Das ist der alte Schrank, oder? Oh Gott. Ja, das ist ja... Weiß ich nicht. Na klar lacht ich blöd, oder wenn ich nicht weiterkomme. Das ist ja... Ah... Wo bist du? Blöde Stahl. Aber ich kann doch nicht den Scheiß da reinhauen, oder? Das kommt ja erst hinterher. Boah, Bruder. Ich bin so ein Dämlack, oder? Ich bin so ein Dämlack. Leck mich doch am Zuckerli, oder? Jetzt weiß ich. Gut. Das ist der alte Schrank. Na klar, oder? Ich hab's einfach nicht drauf gehabt. Das hab ich ja ganz vergessen. Ich hab das total vergessen. Ma, bin ich komplett bescheuert. Scheuert. Mach die Tür zu. Ich hab keinen Bock, dass hinter mir auf einmal einer steht, oder so. Was ist das? Ist das? Lebert. Können wir gucken. Wo ist das Symbol? Mal sag ich, das könnte auch so eine Tür sein. Da, wie ich sag. Ein vieres Z. Okay. Hm, aber auch noch. Aber weiß ich, dass das eins ist, oder? Ist es eigentlich egal? Die Reihenfolge. Hauptsache, alle Symbole sind dran, ne? So, glaub ich, ist das. Achso, nee, warte mal. Jetzt müssen wir noch... Ach, bitte. So, was war's denn noch einmal? Wo ist es denn? Hier. Was braucht der Papa? Und das andere hab ich. Kapitze. Kapitze. Ah, Moment, das ist... Ah, warte mal. Das ist ja noch leer. Hab ja noch gar nichts drin. Konnte ich ja noch nicht. Hallo. Ja, was hieß denn? Könnte ich eigentlich da schon starten? Dann muss ich warten, bis das durch ist. So, mal schauen, ob du dich schön verwandelst. Schön, mal alles wegmachen hier. Super, den haben wir erledigt. Irgendwie neue Wunden zucken tut er ja auch nicht. Wie lange muss ich ein Körperteil anschauen, bis es zuckt? Das ist auch wieder so eine Sache. Gut, aber den Typen... Ich hab seinen Namen vergessen. Schauen wir mal zurück. Das Problem ist, ich kann mich nicht umdrehen. Weißt du, das heißt, und das dauert auch so ewig und drei Jahre, oder? So, den tun wir dann mal wieder ran. Ja, der hat er so gehämmert. Ja, der hat auch so einen Grinsen im Gesicht. Das ist ja ein bisschen... Das ist ja nett. So, guck muss ich den nochmal an. Schau, der grinst mir zu blöd. Da hat er was. Rebecca? Ja? Hi. Kann ich zu dir hingehen? Komm hier rüber. Tötest du mich jetzt? Ah, ja, halt ab, ja, halt ab. Oh, was du sagst! Nein, nein, nein. Er liegt noch da. Warum ist die Tür offen? Hab ich die aufgemacht? Ich weiß es nicht. Das Spiel macht mich fertig, Bruder. Wobei sie es sagt. Ich glaube, dann passt das, oder wie? Was ist jetzt? Haben wir alles? Vielleicht. Ja, dann gucken wir mal nach. Kannst du schieb da mal an hier? Scott. Scott 50. Kopf hat einen Ausschlag. Rechte Schulter hat einen Ausschlag. Rechter Arm hat einen Ausschlag. Oh, der rechte Arm. Ich bin direkt dran. Am linken Arm hat eine Mutter mal. Den Füßen habe ich nichts gesehen. Fast, alle drin. Kann ich das auch irgendwie abspeichern, das Game? Das würde mich sehr faszinieren, interessieren jetzt da. Oder muss ich jetzt durchzocken, bis ich tot bin? Jetzt schauen wir noch einmal kurz. Schauen wir mal kurz raus. Ob das anfängt zum Rauchen. Wenigstens, dass ich die Symbole schon mal habe. Aber ich glaube, da passiert nichts. Ich glaube, ich muss den zweiten Leichen hier auch noch vorbereiten. Und ich soll ja auch immer irgendwas kritzeln. Einfach kritzeln. Einfach kritzeln. Erst, wo ist denn da der Lichtschalter? Verfick dich doch. Wo ist denn da der Lichtschalter? Wo ist denn da der Lichtschalter? Ich willst lieber schnell nochmal was, oder? Der mit, oder? Gut. Also. Warte, ich will mal den kurz anschauen, ob der vielleicht zuckt, eventuell. Aber ich nehme keine Bewegung wahr. Also, ich glaube, der Typ ist ja nicht am Hampelmann. Aber es... Ja, keine Ahnung. Scheiß drauf. So. Mal gucken, wo ist der... Hallo, wieso geht nichts? Aber gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Gut. Dann brauchen wir diese Augen-Dinger. Nein. Ah, mach auf. So. In Ordnung. So, gut. Mal gucken, ob er zuckt. Zuckt nicht. Gut. Pass auf, warte mal. Jetzt haben wir die Augen gemacht. Okay, passt. Jetzt kommt wieder der Schiet dran. Zip. 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 Ah, schau, bei der zweiten Leiche geht er schon... Eigentlich die dritte, aber... Da geht er schon viel flotter. Zip. Zip. Dann geht's. Zip. 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 Könnte das Kritzeln eventuell speichern sein? Weiß es nicht. Weil hier fortfahren, Inventar, Optionen. Nichts. Nur Spiel verlassen, aber speichern? Nein. Befeichern ist nix hier. Ich gucke was auf, wo hatten wir denn? Ah, nein, das war da oben drin. Ah Gott, ich will da jetzt nicht rausgehen. Na, Blütsinn. Ach Gott. Aber wir könnten... Nein, kann ich nicht haben. Ah, scheiße. Jetzt habe ich noch ein bisschen was vertauscht. Das müssen wir das erst einmal wieder wegmachen. Oh, verdammte Axt. Ach, Shido, Alter. Aber da ist nix. Die nehmen Besitz von mir. Jetzt hoch aufs gehen. Ich sage es euch ja. Ich habe gar keine Chance. Ah, ah, ah. Ich sage es euch ja. Alles gut. Wir sollen das Telefon ignorieren, ne? Lassen wir es ruhig läuten. Juckt mich nicht. What the fuck, oder? Sie, sie hat eine Drogenprobleme. Sie hat einen Drogenproblem. Sie hat einen Drogenproblem. Rebecca! 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sohle ich die Leute, nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Fuck. Baby, don't worry. It's okay. It's okay. I'll get you out of here. Please, Sir. I'll just right up there. I'm coming back. I'm coming right back. Hey! Hey, I found her! Down here! No. Oh my god. 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 Bitte, oder? Wieso spiele ich den Scheiß eigentlich? Boah, verdammte Axt. Hier sind wir richtig, oder? Oder hier drin? Hier drin. Da, 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 da. Eine kranke 9. Kranke 9. So. Ich brauche was anderes für zurück. Nervt ein bisschen. Wir machen die Türen zu. Gar kein Bock. Ich meine, es ist eh scheißegal. Eine Tür hilft mir eh nicht. Aber ich fühle mich halt ein bisschen sicherer, wenn ich da eine Tür zumache. Ich weiß nicht, warum. So, habe ich jetzt gespeichert, oder? Ich weiß nicht, was speichert ist. Ob das speichert ist, oder? Wieso war es sowieso fertig, oder? Ich verstehe es nicht. Sorry, bitte. Ich warte nur, ob er zuckt, oder so. Aber der zuckt nicht. Der Typ zuckt nicht. Hat er am Hals eine neue Wunde? Ne, das war, habe ich im Dingsen. Schön eincremen, alles gut, Bruder. Das ist nicht neu. Ja gut, aktuell ist so. Es kommen keine neuen Wunden dazu. Aber gut, ich müsste ihn einwiederer rausholen, um zu schauen. Aber ich mag mit dem Ding halt nicht herumfahren. Kann ich vielleicht von da hier aus ihm steuern, ihm lenken? Muss ich immer hier so rückwärts fahren? Was haben die absichtlich gemacht, die Schweine? Was, die haben wir noch? Oh, das dauert. Oh, das dauert. So. Den Typen machen wir aber erst in der nächsten Folge. Jetzt ist es so. Ich hoffe, ich verkack's nicht. Ich vermute, dass sie speichern. Hoffe ich. Sonst irgendwie ergibt das für mich keinen Sinn. Ich muss jetzt auch mal aufhören zum Zocken. Ich kann jetzt nicht die ganze Nacht das Spielbuch zocken. Ich habe sonst auch keine andere Möglichkeit gefunden, ein Spiel zu speichern. Also das Spiel hier zu speichern. Ich hoffe, dass sie ich speichern. Und ich werde das jetzt einfach mal testen. Werden Sie sehen. Oh, oh. Ich habe so einen verdammten Knick in der Optik. Als wird rot. Das ist kein Kruzifix oder so. Das beschützt mich nicht. Was hieß denn da jetzt? Lass uns noch kurz gucken gehen. Oh komm, wenigstens könnte das vierte Symbol auftauchen jetzt. Das ist aber nicht speichern. Oder das muss man nicht erzählen, dass da speichern ist. Vielleicht kann ich am Computer speichern. Start. Gibt's nicht. Was ist das? Werkzeuge der Vertreibung. Das mal. Offenlegung. Okay. Okay. Gut. Ich hoffe, ich habe es gespeichert. Ich weiß nicht. Wenn nicht, dann nochmal Gebech gehabt. Muss ich es halt nochmal so weit sagen. Wäre schon blöd irgendwie. Aber was soll ich machen? Ich weiß ja nicht, wann das Spiel speichert. Weil wenn ich ins Auto steige, passiert auch nichts. Ich hoffe, dass wir speichern. Aber das ändert sich nicht, das Symbol. Darum bin ich mir nicht sicher, ob das Speichern ist. Kein Plan. YouTube. Zum nächsten Mal. Macht es gut. Halt rein und immer brav sein. Tschau. Tschau.